Ich würde immer meinen ganzen Bewerbungsunterlagen schon dabei haben. Heißt Lebenslauf, oder? Nee, das ist ja das Schlimme. Es gibt richtige Bewerbungsunterlagen. Also ich würde immer wirklich ein Anschreiben fertig machen. Ich persönlich finde es dann auch sympathisch, wenn auch noch ein Foto von euch auf eurer Bewerbung ist, wie bei einem Jobbewerbungen teilweise fast. Umso mehr der Mensch, der ja entscheiden wird, irgendwie sich ein Bild machen kann von euch, ein positives Bild machen kann von euch. Das wird helfen. Also du sagst eigentlich eine Bewerbungsmappe. Mappe, eine schöne Mappe. Was ist denn in der Mappe drin? Anschreiben. Referenzen würde ich persönlich noch empfehlen. Ich weiß es sehr aufwendig. Ich würde eine Schufa-Auskunft dazu legen. Ich würde mir die vorher beantragen in Deutschland noch, die Schufa-Auskunft. Wichtig ist aber, die Schweizer pochern ja auf ihren Betreibungsauszug. Bloß nicht diskutieren, dass das keinen Sinn macht. Weil da kann ja noch nichts drinstehen. Wird nachgereicht oder wie auch immer. Das Anmeldeformular ist das. Deine Strategie ist wahrscheinlich sofort ausfüllen, nach zwei Stunden schicken, oder? Stift mitnehmen, an Autofilie. Also sofort machen. Ja. Okay.